Hallo! Hallo, können Sie mich sehen? Ja, hallo! Momentan haben wir ungefähr 250 Mitglieder und ungefähr 800 Bewegerinnen und Beweger. Die BewegerInnen, das sind die Menschen, die ihre Ideen einbringen, die Initiativen einbringen, die diese auf dem Marktplatz diskutieren und uns sozusagen inhaltlich voranbringen. Und dafür muss man halt bei uns nicht Parteimitglied sein. Das ist ja die Idee, dass alle Menschen sich einbringen können. Politik anders machen. Der beste Grund, uns zu wählen, ist, dass wir einen klugen Weg entwickelt haben für wirkliche Mitbestimmung, die eben nicht in Populismus endet, sondern die die Vielfalt, die wir in der Gesellschaft haben, wirklich abbildet, sodass alle Menschen sich an politischen Prozessen beteiligen können und das aber auf klugen und transparenten Wegen. Wir möchten die Stimme aller Menschen, die in Deutschland leben, im Parlament sein. Und ich glaube, dass es ein großes Bedürfnis gibt, sich wirklich einzubringen. Und wir möchten die Partei und die Bewegung sein, die statt zu spalten verbindet. Denn ich glaube, das ist etwas, was den Menschen wirklich auf den Keks geht. Dieses Aufeinandereinschlagen und die Probleme werden davon nicht kleiner. Ich nehme an, dass hier wahrscheinlich Diplomatie im Hintergrund wichtig ist, von der wir gar nichts mitkriegen. Und ich würde mir absolut nicht anmaßen, da jetzt was dazu zu sagen, weil ich davon überhaupt nicht den blassesten Schimmer habe. Ich war immer mehr so ein bisschen die Außenseiterin. Wie geht es denn? Vielen Dank.